Asiatisches Essen ist nicht nur lecker, es soll auch wahre Wunder vollbringen. Aber was ist wirklich dran an Heilmitteln aus Fernost? Wir müssen uns auf die Erfahrung der alten Chinesen verlassen. Und da ist der Vorteil, dass diese Medizin ja schon über 2000-3000 Jahre existiert. Aber wie entfalten Kurkuma, Ginkgo und Co. ihre volle Wirkung? Hier kommen unsere Top 3 der asiatischen Wundermittel. Grünes Pulver mit großer Power. Los geht es mit Matcha. Der Bäcker hat mal wieder viel zu früh geklingelt. Jetzt erst mal einen Kaffee zum Wachwerden. Oder gibt es eine Alternative? Was machst du da? Ich mach mir einen Matcha-Tee. Was kann Matcha bewirken? Matcha-Tee hab ich auch schon mal probiert. Ja, es wirkt halt belebend. Irgendwie so ähnlich wie Mate-Tee. Das wirkt entgiftend. Ich glaube entgiftend soll es wirken, gell? Matcha ist pulverisierter grüner Tee. In dem Fall tatsächlich aus Japan und nicht aus China. Das ist ein beschatteter Tee, deswegen ist er weniger bitter und mehr süß. Klassischerweise haben das die buddhistischen Mönche getrunken als Ritual-Tee und auch vor ihrer Meditation. Weil Matcha anregend ist, wie Kaffee letztlich. Tee ist Koffein von der Zusammensetzung. Aber der grünen Tee hat gleichzeitig Bestandteile enthalten, die die Konzentration fördern und einen meditativen Zustand begünstigen. Das Matcha-Pulver löst sich am besten in Wasser zwischen 60 und 70 Grad. Es sollte nicht heißer sein, da sonst wertvolle Inhaltsstoffe zerstört werden. Das Pulver schnell verrühren, bis sich Bläschen bilden. Je nach Dosierung wirkt der Tee stärker oder schwächer. Feierabend, der Magen knurrt. Wenn es asiatisch wird, greifen viele zu Kurkuma. Die Wurzel gibt auch dem Currypulver seine gelbe Farbe. Aber was bewirkt Kurkuma noch? Das habe ich mal verwendet, um meine Zähne zu bleachen. Das kann man nämlich mit Wasser anrühren und dann damit Zähne putzen und dann wird das schön weiß. Das ist glaube ich antibakteriell, stärkt das Immunsystem. Eine Freundin von uns berichtet von positiven Einflüssen. Ich kann es jetzt nicht nachvollziehen, aber sie sagt bessere Haut und besseres Wohlbefinden. Also ich verwende Kurkuma in Tablettenform. Kurkuma wird auch in der chinesischen Medizin als Arzneimittel hochgeschätzt. Da gibt es sogar verschiedene Arten mit diversen Wirkungen. Und jetzt kommt ein großes Aber. Die empfohlene Dosierung, um gesundheitlichen Nutzen zu ziehen, liegt bei ca. 3 bis 5 Gramm. Das heißt, für die Einnahme zu gesundheitlichen Zwecken würde ich sehr empfehlen, Kurkuma in Form von Kapseln einzunehmen, damit man die erforderliche höhere Menge überhaupt erreicht. Kurkuma ist leicht scharf und bewegend. Das leicht scharfe hilft dem Körper, eine gute Verdauung zu gewährleisten. Das Bewegende wiederum nutzen wir in der chinesischen Medizin für Gelenkbeschwerden. Kurkuma stammt aus Südasien und wächst am besten bei tropischen Temperaturen und hoher Luftfeuchtigkeit. Geerntet wird die Wurzel einmal im Jahr. Auf Platz eins schafft es das asiatische Wundermittel Ginkgo. Kreuzworträtsel, ein Klassiker. Doch der Kopf ist leer. Dabei liegt einem das Wort auf der Zunge. Ich glaube, ich mag jetzt einen Ginkgo-Tee. Kann Ginkgo helfen? Ginkgo habe ich selber noch nicht probiert. Ich habe nur gehört, das ist förderlich für das Gedächtnis. Ich glaube, das ist für Kopfleistung, dass man im Gehirn das, wie sagt man so, nicht abstirbt, sondern gesund bleibt. Ich weiß, wie der Baum ausschaut, aber mehr weiß ich auch nicht. Ginkgo ist ein Baum und beim Ginkgo verwenden wir die Blätter als Arzneimittel. Die Blätter sind leicht. Wenn man sie ins Wasser gibt, um einen Tee zu kochen, dann schwimmen die Blätter oben. Dieses leichte, oben schwimmende soll also ein Signal sein, das Ginkgo auf den Kopf wirkt, damit die Konzentration fördern kann. Man ist von daher gut bei Gedächtnisstörungen, Müdigkeit, Konzentrationsverlust. Vorsicht, die Blätter kann man verwenden, aber nur in einer speziell präparierten Form. Also bitte nicht jetzt schnell in den Garten rennen und gleich Ginkgo-Blätter pflücken und einen Tee aufgießen, weil der frische Ginkgo hat tatsächlich leicht toxische Bestandteile. Am besten eignet sich Ginkgo in Kapselform. Um eine Wirkung zu erreichen, muss der Blätterwirkstoff mindestens sechs Wochen lang eingenommen werden. Bis zum nächsten Mal.